Geh mit. Wenn er links rum geht, ist das okay? Ja. Sehr gut. Lass ihn ruhig die Ränder ausarbeiten, wenn er möchte. Wird wahrscheinlich erstmal versuchen in den Schatten was zu kriegen. Gehen wir bis zum Tor. Das war unsere Idee, aber das Tor war leider abgeschlossen. Die Kim wollte unten runter krabbeln. Dann haben wir gesagt, das möchten wir nicht, da passen wir nicht durch. Sehr gut. Passt du mit den Autos da auf? Genau. Wir versuchen natürlich jetzt am Rand im Schatten was zu bekommen. Sieht man sehr schön, ne? Fall mir nicht über das Ding in da, ne? Super. So. Und hier müssen wir jetzt quasi auf die andere Seite rüber, ne? Bis da vorne nimmst du kurz, sagst du warte, packst ins Brustgeschirr. Genau. Und dann warten wir bis hier wirklich freie Bahn ist. Pack ins Brustgeschirr. Ganz wichtig, weil das ist euer Signal, dass wir gerade hier im Moment warten müssen, ne?